Hey und Willkommen ich bin der Boomi und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft wir spielen Catcher the Flag auf auf jeden fall sehr cool falls ihr meine Stats wissen wollt hier sind meine Stats ok 102.000 das stimmt nicht ich bin irgendwie 11.000 da seht ihrs und ja ich mag den Spielmodus auf jeden fall sehr und deswegen habe ich auch bis jetzt 100% oder fast 100% dieses Spielmodus gewonnen es hat ein sehr schneller Spielmodus und das ist eigentlich finde ich eigentlich immer ganz gut an Spiel modis ja ich kenne fast alle Karten halt auswendig ja ja also wie ihr seht praktisch die erste Flagge ja erste Flagge erobert perfekt so muss das alles doch beginnen und geist hab ich keinen Wogen ja scheiße ja nein scheiße Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wie ihr schon vorhin, bevor das Spiel losgegangen ist, gesehen, dass ich vielleicht so einen kleinen Witz ausgedacht habe, dass ich mir immer so ein paar YouTuber schnappe, große YouTuber, die ihr vielleicht kennt und dazu dann halt die Ansage mache und diese müsst ihr dann erraten. Ich habe gedacht, das könnte ganz cool sein, ich finde bei Captain Flex nicht so die Über... ich sage nichts, ich mache meinen Satz nicht zu Ende. Ich wollte sagen, dass hier nicht gerade die Überprost sind, aber das wäre jetzt nach dem, was ich hier getan habe, sehr peinlich gewesen. So, direkt weiter drauf. Immer weiter drauf. Das ist das Motto von Captain Flex. Das ist eine Flagge eingenommen, okay. Der Flagge nicht. Hey, ich habe es doch ein... eingenommen! Okay. Ist doch ganz geil eigentlich. 2 1, wir sind immer noch in Führung. Jawohl! Jawohl! Alle... 3 gestichen. Hier ein... Weg, den ist echt der Spielviertel. Mit Sicherheit, weil... Da kann ich glaube ich vielleicht noch runterfallen. Und das... okay. Zwei Flaggen eingenommen. Bisschen zu laut vielleicht. Zwei Flaggen eingenommen. Passt. Läuft. Ich glaube aber... Ich nehme noch eine Runde auf, weil... Wir haben jetzt gerade mal 4 Minuten. Also... Bis gleich! Willkommen zurück! Und jetzt sind wir in der zweiten Runde. Und wir gehen Team Emerald. Denn wir spielen die Map Skyland. Gerade eben hatten wir die Map... Ne, gerade eben hatten wir Skyland. Und jetzt haben wir Wild West oder... Wild West oder wie man... Wie auch immer man das sagen will. Und ja... Gerade eben habe ich... Die erste Runde, die ich versucht habe aufzunehmen, habe ich hier verloren. Das war die erste... Runde, die ich verloren habe. Hat mich sehr traurig gemacht. Aber davor bin ich natürlich gelieft. Und konnte... Dadurch natürlich... Meine Punkte behalten. So... Wir halten die mal zurück. Nein, 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 nein. Ich glaube da hat einer die Flagge von uns. Aber... Läuft auf jeden Fall. Ach... boah... Nein, nein, nein. Sorry, aber... Ich rede einfach irgendwie nicht... Wenn ich kämpfe. Das ist irgendwie komisch. Tak. So, nächsten Kinder geholt. Prozent Karte von der Runde trage ich echt nichts Prozent nicht so weil sie sich nichts machen für Leute das war Käpte der Fläche einen sehr coolen Spielmodus auf Karte wie ich finde und ja ich hoffe euch hat es gefallen ich mache jetzt auch mehr Videos wie ihr seht und ich hoffe euch gefallen meine Videos und ja bis zur nächsten Folge euer Bumi Tschüss oh mein Gott was ist los bei mir Crack Affe